In Eskenau, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, habe ich bis vor kurzem als Sozialarbeiterin an der Kepler-Schule in Neukölln gearbeitet. Ich habe mich dabei auf jeden Fall von Anfang an für bessere Arbeitsbedingungen für alle an Schule und gegen die angedrohten Kündigungen bei uns im Bezirk eingesetzt. Als Gewerkschafterin habe ich zum Beispiel den Streik der Berliner LehrerInnen für kleinere Klassen immer unterstützt. Und dafür wurde ich jetzt von der THPG, wie Fabi schon gesagt hat, fristlos gekündigt. Ich hatte also von einem Tag auf den anderen einfach keinen Job mehr. Warum? Weil ich meine Kolleginnen darüber informiert habe, dass es eine Petition und eine Kundgebung gegen diese Sparmaßnahmen gibt, die vor allem die Kids getroffen hätten, mit denen wir tagtäglich zusammengearbeitet haben, natürlich in meinem Fall. Ich wurde also entlassen, weil ich nicht geschwiegen habe. Und das ist gewerkschaftsfeindlich, das ist einfach Union Bursting. Das ist auch ein Skandal, wie Fabi schon gesagt hat, insbesondere für den sogenannten sozialen Träger. Ich lasse mir das aber nicht gefallen. Das wird in der Senat, ja, in Neukölln Gelder für Soziales kürzt, ist besonders krass vor dem Hintergrund, dass für anderes ja genug Geld da ist. 100 Milliarden für die Bundeswehr, fast 4 Millionen für eine neue Polizeiwache am Cottbusser Tor, für Taser, für ein Stahlboot, für Drohnen, für Hubschrauber, für genau die Polizei, die Danny und so, so viele andere brutal ermordet hat. Gelder, die woanders einfach fehlen, die jetzt in der Obdachlosenhilfe, in der Suchthilfe oder auch, ja, bei der Reinigung in Schulen gestrichen werden. Knapp 20 Millionen sollten gestrichen werden, während Panther-Panzer aktuell pro Stück 17 Millionen Euro kosten. Ich, wie viele von euch auch wissen, bin Kommunistin. Das heißt, ich möchte eine Welt, in der wir alle gut leben können, eine Welt ohne Rassismus, ohne Polizei und ohne Armut. Dafür bin ich organisiert und schreibe zum Beispiel auch für die Zeitung Klasse gegen Klasse, um möglichst viele Menschen zu erreichen und zu schreiben. Hat mir auch mega krass geholfen, bei der Kündigung so das zu verarbeiten. Aber auch, dass zum Beispiel voll viele andere Zeitungen über den Fall geschrieben haben. Einige sind ja auch hier, dass die junge GW und die GW mich unterstützt und beispielsweise die Kosten für meinen Anwalt übernimmt. Aber vor allem, dass es so, so mega viel Solidarität gab und gibt. Ich bin voll beeindruckt, wie viele Leute hier sind. Ich bin auf jeden Fall sehr berührt davon, von den Tausenden von Unterdriften, von ganz, ganz vielen SozialarbeiterInnen, von ErzieherInnen, von Lehrkräften, von GewerkschafterInnen, von PolitikerInnen, ja, von ganzen Initiativen und Betriebsgruppen, von Profs, von KünstlerInnen. Keine Ahnung, es ist total breit geworden und ich möchte euch mega krass dafür danken, dass ihr heute hier seid, weil das hilft mir wirklich sehr. Als SozialarbeiterIn kann und werde ich mich aber nicht nur für mich und für die Arbeitsbedingungen von SozialarbeiterInnen einsetzen, sondern auch für die Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und das nicht als StellvertreterIn, sondern irgendwie als Sprachrohr, sondern ganz konkret mit Ihnen. Es sind auch nicht zufällig, ja, so viele verschiedene Leute heute hier, SchülerInnen kommen ein bisschen später, weil sie noch Schule haben, Lehrkräfte, auch aus dem LehrerInnenstreik, danke dafür, ja, SozialarbeiterInnen, AktivistInnen gegen Juden, Basting und viele mehr. Wenn es nach dem Senat ginge und dem Staat, dann würde meine Aufgabe wahrscheinlich vor allem darin bestehen, Menschen wieder zum Funktionieren zu bringen für den Arbeitsmarkt, das ist in den allermeisten Bereichen der sozialen Arbeit so. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, eine Krise mitzuverwalten, die KapitalistIn selbst produziert haben und mich darum zu kümmern, dass ein total kaputtes System weiter funktioniert, weil ich jeden Tag sehe, wie meine Kolleginnen sich mega quälen, wie sie versuchen, so trotz der Kürzungen einen Unterschied im Leben von den Menschen zu machen, mit denen sie arbeiten. Genau, wie ich das auch gemacht habe. Ich liebe meine Arbeit, die SchülerInnen und die Kolleginnen an der Schule sind mir mega ans Herz gewachsen und ich will so bald wie möglich wieder an der Kepler-Schule arbeiten. Ich gehe schon davon aus, diesen Prozess zu gewinnen. Ich meine, es sind so viele Leute hier und ich habe so viel Unterstützung bekommen. So viele von euch haben in ihren Betrieben, in ihren Gewerkschafts- oder Politgruppen dafür gekämpft, dass sich der Kampagne für meinen Fall angeschlossen wird und ich glaube, dass das zeigt, dass Kämpfen möglich ist, dass Kämpfen sich lohnt und dass wir uns wehren können und dass wir uns wehren müssen. Die Geschäftsführung wollte mich natürlich zum Schweigen bringen. Ich werde aber nicht schweigen. Ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich weiter zu verstecken oder überhaupt zu verstecken. Es geht hier aber ja auch nicht nur um mich, sondern es geht einfach auch um eine Zeit, ja, in der Krieg und Inflation uns alle hier direkt treffen, in der wir für Aufrüstung und für Repression zahlen sollen. Und ich denke, unsere Antwort darauf kann nur sein, uns jetzt umso mehr zu organisieren und umso härter zu kämpfen. Genau. Ich glaube, wir sollten den Bossen, dem Senat, dem Staat zeigen, dass sie mit uns rechnen müssen, dass wir uns nicht von ihnen herumschubsen lassen und für eine Gesellschaft kämpfen, in der ja nicht Massen zum Sterben in reaktioniere Kriege geschickt werden, in der niemand fliehen muss, in der wir nicht jeden Cent umdrehen müssen, während die Rüstungsindustrie weiter subventioniert wird. Mein Chef dachte wahrscheinlich, mit der Kündigung wird er mich los, aber ehrlich gesagt glaube ich, mit meiner Kündigung hat die CHFG den Stein erst richtig ins Rollen gebracht. Lassen wir uns also zusammen in diesem Sinne weiterkämpfen gegen meine Kündigung, aber auch gegen die Kürzungen für Sozialarbeit und für Bildung im Sinne im Sinne der SchülerInnen, im Sinne der Familien und im Sinne von uns beschäftigen. Dankeschön. Ich weiß nicht, wer jetzt redet.